Heute ein kleiner italienischer Gruß aus der Stadtkirche Sankt Marien in Wittenberg, wieder mit Kantorin Heiken Rosamberti an der Orgel und Frauke Messing an der Flöte. Der erste Satz aus der Sonate D-Dur von Leonardo Vinci. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020